Hallo, ich stehe hier vor der Kleinschwimmhalle in Beuren. Hier lernen die Kinder des Neufmertals schwimmen. Und genauso ist es das Zuhause der DLRG des Neufmertals. Die Kleinschwimmhalle muss saniert werden und die Sanierung wird etwa auf fünf Millionen Euro geschätzt. Ein Betrag, der natürlich von der Gemeinde allein nicht geschuldet werden kann. Schön ist, dass der Bund diese Sanierung unterstützt. Ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die dazu einen Beitrag geleistet haben. An Michael Henrich, unseren CDU-Bundestagsabgeordneten, aber auch die anderen Bundestagsabgeordneten. Renate Alt von der FDP, Nils Schmidt von der SPD und Matthias Gastel von den Grünen. Gleichwohl, bei der Gemeinde bleibt trotzdem ein erheblicher Eigenanteil hängen. Auch diesen Eigenanteil wird die Gemeinde alleine nicht schultern können. Deshalb ist es wichtig, dass das Land weiterhin dran bleibt und dass diese Sanierung auch seitens des Landes finanziell unterstützt wird. Dafür möchte ich mich als Abgeordneter gerne einsetzen.